Hallo Leute, ich bin Bruno. Ich bin Bundestrainer im Judo-Nachfußbereich U18, männlich. Ich habe heute ein paar Anregungen für euch im Bereich der Ausdauer und ich hoffe, ihr könnt mal mitmachen. Ich hoffe, dass die Anregung für euch nützlich sein kann. Es werden ein paar Sachen anstrengen und ihr werdet es mal sehen, wie ich selber mal ein bisschen schnaufe. Das ist aber normal und ich hoffe, ihr könnt mal mitmachen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.